...abend hier gewesen, aber die haben gesagt, an diesem Wochenende wollen wir endlich mal unsere Platin- und goldene Schallplatten aufhängen. Haben wir Verständnis für. Klar. Gut, machen wir weiter. Jetzt war es gerade eben Platz Nummer 10 und wir hatten in den ersten 10 Stunden einen Platz ausgelassen. Und Stefan, das ist ein Mann, der vor zwei Jahren sogar die Schlagerelli-Superhitparade, dann halt 2009, gewonnen hat. Und dann haben wir uns richtig Sorgen um ihn gemacht. Er war nämlich ganz schön krank und Gott sei Dank können wir sagen, ihm geht's wieder richtig gut. Und er ist heute auch wieder da. Stefan, du weißt es, du weißt, wo er steht, wer es ist und was er singt. Ich bin der Techniker, du bist der Moderator, also arbeite mal ein bisschen was jetzt hier, gell? Bernd Silber, wo ist er? Kommt nach vorne, unser Bernd. Komm her, ich zieh dich hoch. Viel Spaß. Dankeschön, super. So, ich hoffe, ihr habt schon Stimmung, gell? Ja, ein bisschen. Mal sehen, ob die Hände auch nach oben fliegen können und die Füße nach oben gehen. Wer weiß, ne? Starten wir mal. Alle Hände nach oben. Alle hier auch. Auf beiden Platz. Und... So, wie ein liebeste, ne Kino. So, wie ein du, ich mag dich durch. Wir trafen Zentrum der Gefühle. Wo manche Traum zum Himmel fliehen, wo sie dir in der Halle hat. Warum muss mein Engel aus der Halle sein? Denn du ahnest dich im Feuer. So, wie du bist, so, wie du mich berührst, ist mir nicht mehr Geheuer. Die Götter müssen sehr gut sein. Wohin darf ich dich nur sein lieben? Das kann jetzt aber noch nicht sein, was damit uns beginnt. Die Götter müssen sehr gut sein. Mein Gefühl, sie sind... Ja, auch. Wenn die zwei da oben landen, gebe ich alles garantiert. Was da den Augen mir verraten, das sage ich lieber nichts. Das weckt noch mehr als Fantasie. Du hast die Liebe neu erfunden. So was wie ich gab es noch nie. Du musst mein Engel aus der Halle sein. Wenn ich stehe total zusammen. Was du da machst, das ist schon sauber. Du hast meine Engel zu fangen. Die Götter müssen sehr gut sein. Wohin hab ich dich nur verdient. Das kann jetzt nur noch Glück sein. Was damit uns beginnt. Die Götter müssen sehr gut sein. Meine Fülle stehen in der Kunde. Wenn ich ins Planetario lande, gebe ich alles garantiert. Das ist eine riesige Stimmung hier. Ich fliege am 5. nach Mallorca. Das ist ja so fast Mallorca. Ja, mach ich nicht mehr in uns noch Blieben. Und wisst ihr nicht, wie ich noch mal in uns geht, wenn ich sage Hände nach oben. Füße nach oben. Die Brüste nach oben. Ja, okay. Die Götter müssen sehr gut sein. Womit hab ich dich nur sehr bien. Das kann jetzt nur noch Glück sein. Was damit uns beginnt. Die Götter müssen sehr gut sein. Mein Gefühl elektrisiert. Wenn die zwei Tage oben landen, gebe ich alles garantiert. Die Götter müssen sehr gut sein. Und darf ich dich nur verdient. Das kann jetzt nur noch Glück sein. Was damit uns beginnt. Die Götter müssen sehr gut sein. Mein Gefühl elektrisiert. Wenn die zwei Tage oben landen, bin ich alles garantiert. Die Götter müssen sehr gut sein. Danke schön. Das war Platz Nr. 139. Bernd Silber. Der Frauenschwarm. Heute mal singen wird. Aber meine Damen, Sie brauchen sich keine Hoffnungen machen. Das ist kein Mann für eine Nacht. Der ist nach der ersten Stunde schon fertig. Nein, Bernd, das war nur Spaß. Das war's. Das war's.